Na, habt ihr das wiedererkannt? Das Gelände des FC Schalke 04 und genau hier, da hat im letzten Jahr der Gazprom Fan Cup stattgefunden. 2013 mit über 100 Mannschaften, ich glaube das war absoluter Rekord. Ja und in diesem Jahr, da soll es wieder hier stattfinden, 2014. Erwin, hör mal Erwin, komm mal hoch, ich muss dir noch was sagen. Erwin, am 5. Juli ist es dann soweit, endlich sechs Spielfelder, zwölf Tore und über 100 Teams, tausend drumherum, Zweikämpfe und Tore am Fließband, richtig dynamisch. Und wofür? Für das große Ziel, für den Cup, den Cup zu gewinnen, den Gazprom Fan Cup. Und willst du mal sehen, wo das große Finale stattfindet? Komm mal mit, ich zeig dir den Weg. So Erwin, das sind jetzt wirklich die allerletzten Schritte der Finalteilnehmer und spätestens hier ist ganz, ganz große Aufregung und die Gänsehaut, die steigt ins Unermessliche. Eine tolle Kulisse, die Felddienst-Arena. Hier wird stattfinden, das große Finale des Gazprom Fan Cups 2014. Hol dir den Cup und lass dich von tausenden Fans auf den Ring feiern. Was denn? Ihr seid noch nicht dabei und wollt Teil des Spettakels sein? Dann meldet euch an, bis zum 26. Juni unter www.gasprom-football.com. Und holt euch den Pokal. Wir, der Erwin und ich, wir warten auf euch. Euer Kovacca. Glück auf!